Working Draft Revision 463 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 463. Bevor wir loslegen, noch eben kurz ein Shoutout an unseren neuesten Unterstützer auf Patreon. Das ist der Marvin auf Twitter, at Lux am Apparat. Marvin, wir danken für deinen Support, du bist der Großartigste. Und falls ihr uns auch unterstützen möchtet, patreon.com slash Working Draft. Heute ist dabei der Stefan. Hallo. Meine Wenigkeit der Peter und dreimal dürft ihr raten, um welches Thema es geht. Jawohl, wenn kein Gast da ist, aber wir zwei am Start sind, dann hat mal wieder der Microsoft gekreist und uns einen neuen TypeScript beschert. Yay! Oh wow, ja, das wird schon zum Running Gag, ne? Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt dann als Gag durchgeht, weil wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert oder ob jetzt alle abgeschaltet haben. Also kommen wir zum Punkt TypeScript 4.2 ist jetzt, ja, weiß ich gar nicht. Zum Zeitpunkt, wenn wir das hier releasen, ist es dann noch in der Beta oder ist es schon raus? Ja, das weiß ich nicht, weil wir haben mittlerweile unseren Release-Zyklus ein bisschen optimiert. Das heißt, es vergehen, glaube ich, nur mehr zwei Wochen zwischen Aufnahme und Release. Das ist toll. Am 9.2. soll das jetzt hier erscheinen. Ja, genau. Ja, dann sind es vielleicht drei Wochen, nein, zwei Wochen, ne? Ja. Ja, cool, wow. Also da haben wir ein bisschen aufgeholt jetzt. Aber es kann natürlich sein, dass es da dann, also dass das pünktlich diesmal erscheint. Wir sind gerade, also den Artikel, den ich gerade offen habe, der ist vom 12. Jänner, das heißt von einer Woche. Normalerweise, wenn das in der Beta ist, dann dauert es noch gut einen Monat, bis das Ganze nachher draußen ist. Also das ist ein realistischer Zeitrahmen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass wir eine Punktlandung machen diesmal. Das wäre ja mal was Neues. Ja. Na gut, also die zweite Frage ist natürlich, sind da irgendwelche Features drin, wegen derer man jetzt dringend die Unterwäsche wechseln muss? Wie bitte? Naja, ist da irgendwas total Spannendes drin, wo man so sagt, boah, krass. Also letztes Mal gab es ja neu die Template-Literal-Types. Genau, die waren eine große Überraschung. Da haben wir uns eh sehr lange drüber unterhalten. Und mittlerweile tatsächlich, das ist gerade mein liebstes Feature. Also ich bereite gerade ein paar so Artikel und Vorträge vor, wo ich immer in der letzten Ausbaustufe immer auf diese Template-Literal-Types hinkomme. Weil es einfach so dieser, der letzte Rest war, der dir noch fehlt, damit du eine Programmiersprache, die so viel auf Strings baut, typisieren kannst, dass du das meiste rauskriegst dort. Und das finde ich halt total cool. Was machst du denn damit so zum Beispiel? Ja, das meiste, was ich jetzt gerade im Moment mache, sind so Dinge wie URL-Parsing oder Path-Parsing, wo wir, also ich schreibe gerade an einer Rantime, die im Serverless-Stil dir erlaubt, ein Backend zu schreiben. Das heißt, anstatt, dass du großartig deine Express-Routes schreibst oder deine Fastify-Routes schreibst, hast du einfach irgendwo eine Datei rein und das löst das Ganze noch auf. Was bedeutet, dass ich in meinem Tool, das ich schreibe, sehr viel URL-Parsing vorweg nehme, weil ich noch irgendwann einmal eine Dateimappe auf das, was dann tatsächlich bei der URL rauskommt. Und da habe ich mir ein paar so Typen geschrieben, die diesen Part-String so auftröseln, damit ich dort einen Autocomplete für Parameter habe und solche Sachen. Oder dass ich schon einmal ein paar Methoden ausschließen kann, beziehungsweise dass ich Info rauskriege, welche Namenskonvention ich jetzt in dem Folder befolgen soll. Und das ist eigentlich das Hauptbeispiel, das ich verwende gerade. Und das gefällt mir auch am meisten. Das Schöne, was du nachher noch hast, sind so Dinge wie so ein Pluralize-Template-Literal-Type, bei dem du zum Beispiel sagen kannst, wie, ja, du möchtest gerne deine Keys in eine Mehrzahl packen und machst dann so ein Ding wie, okay, endet das mit einem S, mach ein S-E-S hintendran, endet das mit einem Y, mach ein I-E-S hintendran und endet das mit irgendwas anderem H-E-S hintendran. Also so ein kleiner Conditional-Type mit ein bisschen String-Template-Literal-Types. Ist super einfach geschrieben und voll schnell und du hast halt auf einmal so Dinge wie Mehrzahlbildung automatisiert und brauchst, hast wieder ein paar Types weniger, um das, die du kümmern musst. Also auf dieser Ebene spielst du es eh gerade ab. Ja, ich hab tatsächlich auch an so einem Pfad-Parser gebastelt. Ich hatte dir auch mal das Ding geschickt und dann hattest du ja geantwortet mit einem, das sehr viel kürzer war und in einigen Stellen auch sehr viel, ja, sinnvoller. Aber andererseits ist das tatsächlich ja schon nicht trivial. Also ich meine, ich hab jetzt nur versucht, so Objektpfade zu parsen. Und wenn man da allein schon jonglieren muss mit Objekt-Tuple oder Array, das ist natürlich schon haarreich und dann hast du da noch deine ganzen URLs oben drauf. Das ist schon ziemlich heftig. Das Schöne ist, glaube ich, nur daran, das ist alles sehr komplizierte Typ-Marquie und die aber hinterher Autonormalverbraucher, die diese APIs benutzt, wirklich nicht selber wie jetzt schreiben müssen. Ja, genau. Das ist einfach nur dieser Tooling-Layer für die Anwender noch und da ist es halt extrem cool. Also das ist auch wirklich, also vor allem wirklich so extrem weit weg und so wirklich hinter tatsächlich diesem String. Der String ist ja tatsächlich eine wunderbare, sagen wir mal, Abstraktionsgrenze. Weißt du nicht, du erzählst den Leuten irgendwie ja hier Mapped-Type, aber musst du eigentlich nie wissen. Aber woher weiß ich denn, dass ich das nie wissen muss? Vielleicht muss ich ja dieses Ding ja mal modifizieren und so was alles. Aber weißt du, so ein Objekt ist halt irgendwie was, was ja per se erstmal immer modifizierbar ist. Aber wenn man einfach sagt, ich geb hier einfach nur eine Regel, nach welcher Art und Weise hier ein String formuliert sein muss, der hier reingeht, oder irgendwie ein Methodenname muss einer bestimmten Namenskonvention folgen, oder, oder, oder. Da ist, glaube ich, noch besser zu verargumentieren, dass das wirklich einfach nur eine Absicherung ist, die nicht irgendwie da raussickert, dass normale Menschen sich damit befassen müssen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, also du, du, wie sagst du jetzt, der Multiplikationseffekt oder so, ist halt ein Vielfaches, wenn eine Person dort einen anständigen Types schreibt. Das merkt man auch bei uns in der Firma hier drinnen. Wir haben sehr wenige, die Framework-Code produzieren für uns und sehr, sehr viele, die nachher damit Anwendungen schreiben. Und wenn man so dort einen anständigen Types in dieser kleinen Gruppe, haben halt wirklich sehr, sehr viele einen Benefit davon. Fastify habe ich schon genannt. Das ist ein express-ähnlicher Node.js-Server. Der Ethan Arrowwood von Microsoft, der auch irrsinnig gut ist in dem ganzen Typescript-Thema, der hat sich dort freiwillig gemeldet, um ein sehr gut definiertes Type-Definition-File zu maintainen. Und mit dem ist Fastify, um so viel angenehmer zu benutzen wie jedes andere Framework da draußen, dass ich wirklich jetzt schon langsam von Express weggegangen bin, einfach nur, weil die Typen dort dann viel, viel besser sind. Das heißt, ich bin, auch wenn das ein anderes Ökosystem ist, wenn ich nur, keine Ahnung, 80 Prozent der Mittelwerse mitverwenden kann, die in Express funktionieren, dass ich den Fastify verwenden kann, bin ich durch das Autocomplete und durch die guten, mitgelieferten Types um so viel schneller und um so viel produktiver, dass man das, das wert ist. Ja. Und woran ich so ein bisschen jetzt, mit jetzt meine ich tatsächlich heute Morgen angefangen habe, so ein bisschen so zu forschen, ist, dass diese Template-Literal-Types tatsächlich so ein bisschen was machen, was so Richtung Quadratur des Kreises wiederum geht, bezüglich so Magie wieder ermöglichen. Ich habe die letzte Zeit öfter mal so rumgebastelt nach dem Motto, hm, die könnte zum Beispiel irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, jQuery fürs Jahr 2021 aussehen. Ja, cool. Was hättet das für Features und sowas? Das habe ich auch schon probiert. Ja? Ja, wenn du ein P in deinem String findest, dann kannst du definitiv einmal ein HTML-Paragraph-Element zurückgeben und solche Sachen, halt. Das waren so Ideen gewesen, aber wow, ist das kompliziert. Das ist tatsächlich auch so meine Sache. Normalerweise denkst du dir ja, jQuery-Dollar machst du eine Collection und dann hast du da Method-Chaining drauf. Das kann nicht alles, aber sobald du mal versuchst, das zu bauen, ist es halt haarig. Ja, aber das zum Beispiel, in dem Rahmen bin ich zum Beispiel auch so ein bisschen an Custom-Elements wieder rangegangen, dachte mir so, boah, diese Klassen zu schreiben, ist ja irgendwie alles voll kompliziert. Und dachte mir so, wenn ich jetzt JavaScript schreiben würde, wenn TypeScript keine Überlegung wäre, dann würde ich ja vielleicht sagen, dass die Leute ihre Getter und Setter für eben ein Custom-Element einfach definieren, indem sie so Functions angeben, nach dem Motto zum Beispiel ein Getter für ein Attribut. Also weiß ich nicht. Hast du irgendwie den, hast du einen Input vom Type-Number, das hat ja einen Value. Und das Attribut ist natürlich ein String im HTML, aber sobald du da eine Prop-Anfrage machst, so dort irgendwas, kriegst du ja eine Zahl da zurück, weil es ja ein Input-Type-Number ist. Das heißt, auf diesem Element gibt's im Prinzip einen Getter, der das Attribut rausholt und das durch die Number-Funktion durchpipet. Und ich dachte mir, hm, wenn ich mein Custom-Element so definieren könnte, dass ich so einen kleinen imperativen Block hab, wo ich so mit jQuery-artigem Code schreibe, äh, bla, 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 dieses Ding hat dieses Shadow DOM, on jenem Event, äh, triggere dieses andere Event. Und dann hab ich halt diese, ähm, ähm, Getter, die ich einfach so zum Beispiel definieren kann mit Get-Attribut-Name, Get-Anderer-Attribut-Name. Und dann gebe ich da halt eben einfach an, Doppelpunkt-Number, Doppelpunkt-Boolean. Also, ich gebe diese Number- und Boolean-Funktionen als wirklich die Getter an. Und daraus generiere ich dann unter der Haube mithilfe von JavaScript die eigentliche Klassendefinition. Das kann man sich ja einfach alles so zurechtstöpseln. Aber wenn man dann halt eben auch noch TypeScript haben will und das irgendwie safe machen will, dann musst du natürlich einerseits irgendwie enforcen auf der Input-Seite, dass diese Liste von Methoden, Get-Foo, Get-Bar und sowas, dass sie halt eben auch Get-Irgendwas-Anderes heißen, muss dann aber wiederum auch auf Typebene raus extrahieren, was denn nach diesem Get und so weiter dann kommt. Das dann wieder lowercasen und was nicht alles. Und das geht halt eben. Ja. Das ist der perfekte Schluss für dein Monolog. Jetzt das geht halt. Das ist halt deshalb wichtig, weil du klickst dich hier durch Hacker-News und siehst irgendwie ja hier neues Ruby-Projekt oder so und dann irgendwie ja diese ganze Magie, dieses Gescripte, dieses Unsichere, das ist ja alles Pfui. Klickst du das Nächste, hier ist irgendwie das Java-Projekt. Das ist ja, als wärst du gefesselt und müsst es mit der Nase programmieren, weil das alles so strikt und starr ist. Aber nimmst du halt eben TypeScript her, hast du halt Quadratur des Kreises, wo du halt eben Magie haben kannst, aber sie halt festnageln kannst. Das Festnageln ist halt echt ein Stück Arbeit, aber es geht. Ja, ich hab's cool gefunden, weil ich finde leider nicht mehr genau die Keynote, in der das passiert ist, aber der Ansatz Heilsberg hat das ja in einer Bild-Keynote einmal gesagt. Es ist ja nicht so, dass JavaScript kein Typsystem hätte. Es hat nur noch nie einen Weg gegeben, es anständig zu formalisieren. Und das ist die Hauptaufgabe, die TypeScript jetzt hat. Versuchen wirklich jeden noch so wieeren Use Case, den man mit JavaScript umsetzen kann, in Typen zu gießen. Und deswegen ist ja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, TypeScript ist ja nicht einmal wirklich so rund, wie wir das vielleicht vor anderen Programmiersprachen gewohnt sind, die sich mit einem sehr starken und sehr wohl durchdachten Typsystem brüsten. Also gerade die ganze funktionale Programmierungsschiene, über die wir schon viel geredet haben hier im Podcast. Das ist ja gar nicht. Also es gibt durchaus, wie du in deinem Artikel ja damals geschrieben hast, sehr, sehr viele Löcher, die bewusst sind, die halt auch nicht anders gehen, weil halt das, was drunter passiert, so komplex ist, dass sie sich sehr, sehr schwer in Typen formalisieren lässt, ohne dass man Abstriche macht. Deswegen hat man ja auch diesen Ausbruch mit Typecasts und da immer, wo man halt sagt, hey, an dieser Stelle mache ich ganz bewusst diesen Typecast, weil ich weiß ganz genau, was dort passiert und ganz genau, was dort kommt. TypeScript kann das anders nicht in das Typsystem erfassen. Das ist okay. Man muss sich halt bewusst sein über diesen Ausbruch. Und vor dem her muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja wieder cool. Also du hast halt da das Beste bei der Welt. Also du kannst sehr, sehr strikt sein, wenn du sehr, sehr stark dem Typsystem folgst. Du hast aber diese Möglichkeit, immer wieder auszubrechen, wenn es gerade deinen Use Case erfordert. Und das kenne ich auch von anderen Typsystemen, dass du diesen graduellen und freien Zugang hast, das so anzuwenden, wie du das gerade benötigst. Und ich schreibe gerade einen Artikel für Smashing Magazine, wo es genau um das geht, wo wir anfangen mit ganz simplen Typen und das immer weiter granularer machen, granularer machen, granularer machen, bis dass wir zu einem System kommen, wo man eben sehr, sehr viel gratis Tooling kriegt für ein paar Zeilen Code. Der Weg dahin ist dir überlassen. Ja, also das Ding ist tatsächlich, das ist sicherlich richtig, was du sagst, dass so Typescript der Ergonomie King ist, was so die Typsysteme angeht. Ich glaube tatsächlich, was halt dem noch so ein bisschen fehlt und dem, also wo da noch Verbesserungspotenzial ist, ist das auch so ein bisschen mehr zu kommunizieren, speziell an jetzt die, die nicht inhärent sagen, oh, Typsystem, super. Sondern die vielleicht eher sagen, Typsystem, was soll das? Ja. Das, da bin ich ja nicht der Einzige, der da auf Twitter hin und wieder mal in Debatten herabsteigt. Also, was ich damit sage, ist so, mit jetzt eben speziell diesen aktuellen Fähigkeiten, mit den Template-Digital-XM-Types, könnte man tatsächlich sozusagen eine Brücke noch mehr schlagen zu JavaScript als ohnehin, weil man jetzt tatsächlich sagen kann, diese, der magische Part, was ich jetzt so meinte, mit meinen, ich generiere Getter- und Setter-Methoden aus irgendwie benannten Objekt-Properties, dass man jetzt nicht nur sagt, du kannst das machen per Opt-Out, per Annie, sondern, dass diese Magie ist Bürger erster Klasse. Klar, Annie ist auch irgendwie Bürger erster Klasse, aber es ist dennoch ein Opt-Out. Im Prinzip kann man sagen, was bringt mir das TypeScript, wenn ich überall Annie dran schreiben muss, sobald ich mal irgendwie fancy werden möchte. Und das wird halt eben immer weniger, weil, wie du sagst, zunehmend der ganze Funktionsumfang einfach abgebildet wird, den es da gibt. Was ich mir frage, ob es irgendwelche Szenarien gibt, wo TypeScript sagt, das werden wir nie lösen können. Das war echt interessant. Garantiert. Ja. Garantiert. Ich meine, ich würde auch tatsächlich sagen, es ist auch gar nicht sinnvoll, alles lösen zu wollen. Also erstens das, sondern zum Zweiten würde ich sagen, auf jeden Fall gibt es das, aber das müsstest du halt eben als so bewegliches Ziel betrachten. Wir könnten jetzt ja mal tatsächlich zu so unserem ersten, 4.2-Feature kommen, was ich halt eben ganz toll fand mit den Template Literal Types, von denen wir vorhin schon sprachen. Da war das ja, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch zuspitze, aber das ist halt einfach ein Typ, mit dem man im Prinzip eine Union von Strings kompakter formulieren kann, mit Interpolationskrempel. Ist das einigermaßen richtig? Ja. Ja. Also die Union wird flexibler, ja. Du kriegst auf einmal ein Spektrum. Ein Spektrum, sehr schön. Und du konntest halt tatsächlich allerdings nicht einen String konstruieren, der ab Werk in diesem Spektrum aufging. Ja. Also ich konnte einen Typ für einen String formulieren, konnte aber keinen String formulieren, der in diesen Typ reinpasst. Genau. Und das haben sie halt eben jetzt repariert. Jetzt ist es halt eben mit Template Literal Expressions, also den normalen Template Literals von JavaScript möglich, einen String zu konstruieren, wo TypeScript dann auch sagt, jawohl, dieser String genügte, diesem String-Type. Genau. So hast du es nur mit, glaube ich, mit tatsächlichen konstanten Strings machen können. Ja. Die sind gemappt und gematcht worden, ja. Genau. Und da würde ich sagen, das war halt sowas, wo sie gesagt haben, das können wir nicht lösen. Jedenfalls nicht für die Version 4.1. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch irgendwie relativ sinnvoll, dass die ihre Features durchaus auch unfertig ausrollen. Hinterher sagen, ja, Breaking Changes, YOLO, was soll's. Aber damit bleibt man halt eben produktiv und hält halt so Nasen wie uns beim Podcasten. Ja. Ja, das ist sowieso ein Approach, der mir sehr, sehr gut gefällt beim TypeScript Team. Also, die bewusste Entscheidung, dass jeder Release ein Breaking Release ist, nicht? weil das ist die ganze Aufgabe von TypeScript, dass mehr und mehr und mehr Fehler gefunden werden, dass Code früher bricht als vorher. Von dem her muss man sich immer auf einen Breaking Change einlassen. Und dadurch aber mehr Typsicherheit und mehr Ausdrucksmöglichkeiten für deine Typen zu kriegen, ich glaube, das ist ein guter Trade-off. Also, da gehe ich gern ständig mit der neuesten Version mit. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten kann man, glaube ich, wirklich diese Template-Literal Kompatibilität jetzt sozusagen zwischen dem Runtime-Template-Literal und dem Template-Literal-Type tatsächlich einfach so, also nicht direkt Bugfix, aber halt so fehlender Mosaikstein, der jetzt noch eingesetzt wurde, glaube ich, summieren, oder? Ja. Ja. Was, glaube ich, sehr benennend ist für den gesamten Release 4.2. Also, ich habe bei jedem Feature irgendwie so das Gefühl gehabt, ah ja, das ist eigentlich nur die nächste logische Weiterentwicklung von dem Feature, das ihr gerade implementiert habt. Dieser Rest in den Tuple-Types auch. Ganz genau. Weil das funktioniert ja in den Variatic-Tuple-Types funktioniert es ja schon so, dass du halt sagen kannst, in einem Generic kannst du gewisse Typ-Parameter, Generic-Type-Variables setzen, die du irgendwo in einem Tuple auffahren lässt und zufahren lässt, die beliebige Länge, beliebige Elemente haben können, solange gewisse Teile davon passen. Also, nur mal zur Wiederholung, ein Tuple ist ein Array von definierter Länge und mit definierten Typen an jeder Stelle und du hast mit Variatic-Tuple-Types, Release 4.0, glaube ich, war das, die Möglichkeit gehabt, dass du dort in einem Generic bestimmte Teile herausnimmst und variabel gesteuertest. Variable Länge, Variable Typen innerhalb von etwas, das fixe Länge und fixe Typen braucht. Und diese Variable Länge war nicht möglich in einem regulären Tuple-Typ, außer mit Rest-Parametern oder mit Rest-Arguments. Ist aber jetzt möglich, dass du halt sagen kannst, pass, du hast ein Tuple, das auf jeden Fall immer am Anfang ein Boolean hat und am Ende ein Boolean hat und dazwischen kann halt jeder beliebige String vorkommen. Oder der bestes Beispiel ist das, du hast beliebig lange Listen an Parametern, das Letzte ist aber immer eine Callback-Funktion. Das ist halt so ein Not-Pattern, das immer wieder auftaucht. Und solche Sachen kann man jetzt sehr gut darstellen mit den neuen Tuple-Typen. Also für mich ist das einfach nur Konkretisierung von den Variable-Touple-Types. Entweder das oder du könntest es halt eben auch umdrehen und einfach sagen, das sind sozusagen Arrays mit zusätzlichen angeflanschten Bedingungen. Also können beliebig viele Strings sein, solange das Letzte halt eben kein String ist, sondern eben, weiß ich nicht, Callback-Funktion, Boolean, was auch immer. Ja, auch da wieder, das ist halt so typischer JavaScript-Campel. Du hast es ja als Node-Pattern benannt, also eins der ältesten Stücke JavaScript-Software, die wir hier noch im Alltag jeden Tag benutzen. Da ist das halt so, das ist halt wirklich auch noch sehr JavaScript-ich halt. Das finde ich ja auch sehr faszinierend, wenn man irgendwie so mal alte JavaScript-Programme aufmacht, wie JavaScript-ich, die sind im Vergleich zu dem, was speziell jetzt so TypeScript, ja, nee, nicht heute so sieht, aber so TypeScript-vergiftete Hirne wie unsere Arbeiter an Code produzieren. Meinst du, dass man, wenn man sich den Typen bewusst ist, dass der Code noch anders gestaltet wird? 100 pro. Absolut. Ja, also ich, also jetzt bei TypeScript vielleicht zu einem etwas geringeren Grad, möglicherweise ist da, wenn man einfach nur ein sehr, sehr, wenn jemand sehr, sehr gewissenhaft ist beim JavaScript-Schreiben, würde diese Person dann auch eventuell sagen, ich muss ja hier die ganzen Nulls und Undefines abchecken. Also die möglichen Parameter meiner Funktion, die alle irgendwelche seltsamen Werte haben, das wird dann eventuell der TypeScriptler weniger machen oder der wird das gar nicht machen oder der hätte das halt eben nicht so präsent, aber ich merke das halt eben, ja, bei TypeScript jetzt wenig, aber ich merke halt eben, ich sprach gerade von Vergiftung, weil ich bei mir letztens eine akute React-Vergiftung diagnostiziert habe. Wieder in dem Versuch halt eben, hm, wie könnte halt eben irgendwie ein benutzbar, eine benutzbare Implementierung von Custom Elements heutzutage aussehen? Wie könnte ein benutzbares JQuery heute aussehen? Aber dazu musst du ja JavaScript-Spaghetti-Code denke, haben. Dazu musst du ja aus diesem funktionalen Ansatz weg. Und ich bin ja beileibe kein Programmierer, der den ganzen Tag Code schreibt, aber dieser ganze Dreck hat ganz schön mein Gehirn übernommen. Das ist gar nicht so einfach, wieder in die andere Welt zu gehen, obwohl da ja, glaube ich, durchaus einiges zu holen ist, was wünschenswert ist, wovon man heute profitieren könnte. Ja, das ist ein sehr guter Punkt eigentlich, weil mir geht's genauso. Also du, ähm, ich meine, mir gefällt's ja, dass das React mich da ein bisschen vergiftet hat, weil mein Code um einiges einfacher geworden ist, weil ich halt wirklich nur mal Funktionen schreibe. Wobei, das habe ich vorher auch schon. Eigentlich mit Node hat das eigentlich begonnen. Ich schreibe nur mal Funktionen und Object Literals. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Ja. Alle anderen Sprachkonstrukte habe ich entfernt. Also das ist ein sehr reduziertes Set eigentlich. Ja, machst du? Also ich hole sehr gerne mal die Klasse raus, wenn ich so denke, das musst du hinterher irgendwem erklären. Nein, da kommt nämlich dann Typescript rein, da definiere ich eher einen Typ, weil in den meisten Fällen willst du ja einen Typ haben und keine Klasse. Ja gut, wenn ich sage, okay, wenn du von Typescript ausgehst, wenn ich jetzt so ins JavaScript gehe. Ja, also wenn du rein im JavaScript bist, macht der Klasse vielleicht deswegen Sinn, weil man damit ein bisschen einen Typ mockt. Ja, genau. Also das ist ja das, was ich immer denke, dass deswegen Klassen so stark gewünscht worden sind von allen Leuten, die von anderen Programmiersprachen kommen, weil sie implizit gemeint haben, sie kriegen einen Typ mitgeschenkt und das tun es halt nicht. Es ist halt immer noch der Typ object. In Wirklichkeit. Ja, das finde ich ein bisschen gewagte These. Also ich glaube tatsächlich ist es so, du brauchst halt eine bessere Variante, du brauchst eine bessere Methode, um Prototypen zu definieren. Ja, und das sind auch Klassen. Genau. Und was es halt eben vor Klassen gab, um das zu machen, ging halt nicht. Ja, das stimmt. So, und da gab es ja allerlei Proposals von wegen, man könnte ja auch tastisch an der Klasse haben, so einen, 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 einen Operator. Ähm, sowas wie, äh, Pipe und dann, äh, größer als, also Objekt delegiert an und dann listest du deinen Prototypen auf. Aha. So Proposals gab es ja zum Beispiel, das wäre auch möglich gewesen, aber ich denke halt eben so im, im Sinne der Völkerverständigung ist sicherlich eine Klasse, wo du halt tatsächlich ja nicht nur, also, im Sinne der Völker Verständigung, ja. Ja, ja, da hinten, da hinten, da hinten laufen die Java-Barbaren rum, mit denen muss man sich ja auch irgendwie verständigen. Vielleicht kriegst du dich ja irgendwann missioniert oder so. Ähm, was ich sagen wollte, es sind ja noch andere Sachen, die, die wertvoll sind, die jetzt nicht Typsysteme sind, wie zum Beispiel Getter und Setter-Funktionen. Du musst das ja alles irgendwie in was kleiden, was so halbwegs in einer imperativen Sprache wie JavaScript in Erwartungen entspricht. Ja, das stimmt schon. Ähm, da ist wahrscheinlich eher der imperative Ansatz das Problem. Ich habe halt das Problem, wenn, also, so wie du Clusten einführst, hast du dieses Abkapseln und Blackboxen vom, vom Zustand. Und, und das in der Welt, wo ich herkomme oder, oder in die, in die Programme, die ich geschrieben habe, das führt früh oder später zur, zur Code, den du, den du nicht mehr verstehst oder zu irgendwelchen undefinierten Zuständen, die du nicht mehr nachverführen kannst. Ähm, früher oder später. Das würde ich, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass, das, was du gerade beschrieben hast, ist sehr wertvoll in Dosen, die kleiner sind, als die, die üblicherweise gereicht werden. Ja. Das ist das Ding. Ich glaube wirklich, das ist ein, das ist, ähm, also einfach so, Kapselung erstmal per se ist ja eine gute Idee. Und da kannst du, glaube ich, irgendwie so drei, äh, Klassen, äh, äh, von so, also, ähm, Größenklassen mal definieren, wo du einmal sagen kannst, ich mache halt eine Function, die eine Function return, dann Closure, bla, 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 habe ich dann einen privaten Wert irgendwie drin. Das wäre so die kleinste Variante und die ist sicherlich wertvoll. Die größte Variante, die, glaube ich, die wertvollste ist, ist ein Modul. Ja, danke. Dass du sagst, ich habe da private Funktionen drin und dann exportiere ich was. Aber ich würde wirklich behaupten, dass es da auch für den mittleren, für, für, für middle of the market, einen Use Case gibt, der ist halt nur sehr klein, weil es halt für die kleinen und für die großen Lösungen immer noch was gibt. Weißt du, du kannst halt dein, dein Auto haben, du kannst deinen, äh, deinen, deinen riesigen Fracht-Lkw haben und irgendwo in der Mitte ist ein Markt für einen Pickup, aber der ist halt, wenn du nicht gerade irgendwie dein Minderwertigkeitskomplex bearbeiten musst, eher klein. Ja, aber du weißt schon, wie SUVs gerade ganz stark Popularität erfahren, nicht? Deswegen meine Einschränkung von wegen des, äh, ja, der, der psychischen Probleme, die da möglicherweise mit einhergehen. Nein, aber ich finde, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die, die Abkapselung, die ich am, am, am besten verstehe und die sie mir auch persönlich am schlüssigsten ist, ist das Modul. Ähm, du, du hast da sehr viel Grundprinzipien, die du darauf anwenden kannst, also zum Beispiel das originale Open-Cross-Prinzip, das ja, das ja, diese, 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 diese Nasen, ähm, Bob Martin für objektorientierte Programmierung total vergenusszwergelt hat und irgendein komisches Ableitungskonstrukt daraus entworfen hat. Wenn du das originale Open-Cross- Prinzip nimmst, wo du einfach sagst, du definierst an einer gewissen Modulgrenze, würde ich es heutzutage nennen, eine API, die man konsumieren kann und die bleibt konstant und innerhalb von dem Modul kannst du herumwerken und refactoren und machen, was du willst und erweitern, was du willst, hast du mit dem eine, eine Abgrenzungsmöglichkeit und eine Strukturierungsmöglichkeit, wo du viel andere Sachen nicht mehr brauchst, also weder Closures noch Klassen, das kannst du alles auf der Modulgrenze abfangen und wenn du ehrlich bist, ist ein Modul auch nichts anderes als wie ein Objekt, das du zurückkriegst. Also mir gefällt ja dieser, dieser Übergang vom Modul auf was, was du, was du in JavaScript schon kennst, sehr, sehr gut. Das fühlt sich sehr akonomischer. Ja, nee, es ist richtig, nur was halt eben das Modul nicht kann, ist, es gibt halt keine Factory, mit der du dann mehrere Instanzen in dem Sinne tatsächlich auch machen kannst, die unterschiedliche States repräsentieren. Also du hast mit, du hast mit allem Recht, du hast mit allem Recht, ich sag halt nur, die Mitte, wo es dann einen Klassen-Use-Case gibt, die existiert, ist nicht groß, aber die gibt es und deswegen will ich mir die jetzt nicht komplett matig machen lassen, obwohl ich mittlerweile wirklich völlig am Abschnallen bin, wenn ich versuche, eine TypeScript-Klasse zu schreiben und mich dann jetzt überlegen muss, ob ich jetzt Private oder das Zäunchen nehme. Ja, ich mach das gar nicht, ich weiß nicht, ich mach immer nur ein Underscore dafür und sag, okay, wenn ihr wisst, wann dort ein Underscore davon ist, rührt sich das besser nicht an, das kann sich ändern. Ja, aber andererseits, also ja, stimmt, damit kommt man auch durch und das ist okay und alles, aber du machst damit natürlich sozusagen, wie gesagt, ich linse im Moment wieder mehr so in den Bereich der Magic herein, damit ist ein Objekt natürlich jetzt nicht so ohne weiteres Meta programmierbar, im Sinne von, iterier da halt mal drüber und gib mir einfach so alle Methoden, dann mache ich mit denen irgendeine fancy Operation. Dann sind da die Privaten drin, wo dann halt irgendwie, wo ich dann ja auch annehmen muss, dass die anderen Regeln unterliegen, als die, die Public sind und dann, ich meine, TypeScript hilft einem dabei auch kein Stück weiter und ja, man könnte mit dem Unterstrich das rausfiltern, aber auch da wäre es natürlich wieder ein wunderbares Argument, machst du eine Klasse, dann sind die Dinger, also das sind so Methoden, erstmal per se alle nicht iterabel auf dem Prototypen, was ja vielleicht auch irgendwie nett ist. Hast du jemals den Bedarf gehabt, dass du lange Prototype Chains machst? Nein, weil Prototype Chain ist Vererbung, ist die direkte Abkürzung in Zöllnfeuer. Ganz genau. Und wenn ich eh schon keine Prototype Chains mache und keine Vererbungen mache, dann frage ich mich, warum ich die Kassenstruktur brauche oder warum nicht einfach ein Factory Function mit einem Objekt, das retourniert wird, ausreichen könnte. Effizienz, stell dir vor, du hast eine Webseite mit 6000 Nodes und jedes HTML-Element hat seine eigene Implementierung von, weiß ich nicht, Classlist dabei und delegiert das nicht an einen Prototype. Ja. Ja, aber schreibe ich solche Sachen? Weiß ich nicht, ich sage ja wahrscheinlich nicht und wie gesagt, ich bin ja dabei, hier nur ständig recht zu geben, das gibt halt echt nicht viele Use Cases für diese Klassen. Eben, eben und ja, genau das ist es. Also ich denke mir, dass für die Vielzahl an Use Cases bessere Möglichkeiten gibt, dass man aber trotzdem geneigt ist, dieses Werkzeug der Klasse für viele, viele Use Cases zu verwenden, wo man es nicht unbedingt braucht. Ja, auf jeden Fall. Drum, ich sehe den Punkt, ich sage ja, also für syntaktisch bessere Alternative zum Prototype, finde ich das voll gut, wenn ich tatsächlich das Thema habe, dass ich sowas brauche, aber ich brauche es halt so selten. Also auch bei den ganzen Daten, die ich verarbeite und solche Dinge, das sind sowieso meistens irgendwelche Chasing payloads, die ich sehr realisiere, da brauche ich schon gar keine Klasse nicht. Das ist einfach ein Chasing Pass und ich habe das Objekt da. Ja, okay, das machst du, aber wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich will irgendwie so einen Pooling-Mechanismus für Mutation-Observer bauen? Ja, natürlich. Ja, bei den 10.000 oder 100.000 Mutation-Observer auf der Seite. Ja, ne, stell dir vor, du hast einfach einen und dann wird da hinten so delegiert mit so Oldschool-Event- Delegation und dann ist das irgendwie alles ganz knuffig, aber dann willst du eventuell mehrere Roots observieren, also brauchst dann verschiedene Pools, musst dann also Pools instanziieren, hast dann gemeinsame Methoden, sind mir da klasse jetzt keine ganz so abgefahren schlechte Idee, ne, machst noch schön irgendwelche privaten Hilfsmethoden irgendwie private und dann passt das schon mit dem Sound davor. Alles, passt schon. Also, du hast recht, aber trotzdem. Ja, ich muss aber sagen, du hast auch recht, aber trotzdem. Also, für das, dass wir jetzt keine Ahnung 15 Minuten geredet haben über das Thema, sind wir eh ziemlich d'accord. Ja, also eigentlich stimmen wir die ganze Zeit bloß mit absoluter Macht einander zu. Ja, genau. Es ist sehr gut, weil wir haben nämlich Peak Podcast. Wir haben eigentlich schon zwei Punkte unserer Themenliste erledigt, das waren die Template Literal Expressions und die Leading Middle Rest Element in Tuple Types. Ja, genau. Komm, machen wir die anderen beiden auch noch eben. Ja, die spannende, glaube ich, dritte, was wir genommen haben, das jetzt wirklich interessant ist, ist die Smart Type Alliance Preservation. Das war für mich, da habe ich, glaube ich, zehnmal falsch drüber gelesen, bis dass ich gemerkt habe, da geht es um Preservation. Und wenn ich das ganz kurz beschreiben darf, dann hast du für irgendein Szenario. Angenommen, du hast irgendeinen Union Type für String Number und Boolean, das sind die primitiven Types, die du jetzt erlaubst für was auch immer gerade für das Szenario. Basic Primitives. Wenn du den dann in irgendeinem anderen Konstrukt verwendest, wo du nur Union Time tackerst, wie zum Beispiel Undefined, dann hat TypeScript das bisher aufgelöst in String oder Number oder Boolean oder Undefined, aber auch in der internen Repräsentation. Das heißt, auch in dem Tooling hast du den Expanded Type bekommen und nicht den originalen Type. Und manche Leute haben sich da beschwert, dass das Ganze nachher schwer nachzuvollziehen ist, weil du ja eigentlich mit diesem Basic Primitive gearbeitet hast und dir eigentlich relativ wurscht war, was da drunter ist, du willst mit dem Allayers arbeiten. Und auf einmal ist der Allayers weg und das ganze Ding ist aufgedröselt. Und das haben sie jetzt eben unter diesem Punkt dieser Preservation, das können sie jetzt weiter verfolgen und dir Info dazugeben, dass dieser Typ weiterhin bestehen bleibt in der Editor-Info, die du kriegst. Das wird eine Reihe von Fehlermeldungen viel, viel, viel einfacher machen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass das das Wichtigste bei dem Ding ist, dass du auf einmal merkst, hey, das ist nicht, also man kennt diese elendig langen Würste, wo man merkt, hey, dieser Type da ist nicht applicable zu dem anderen Type da und alles, was sich ändert, ist, glaube ich, ein kleines Zeichen oder ein kleiner Typ in einer riesenlangen Parameter-Listen oder in einer riesenlangen Property-Listen. Und da wird das gesamte, der gesamte Typ expandet, wobei es dass du sehr genau auf einen gezielten Punkt runterbrechen könntest. Und ich glaube, dass wir da wirklich viel Benefit sehen. Gerade wenn man mit Framework-Sorbert und mit komplexen Typen etc., ist das, glaube ich, ganz okay. Ja, also das wird sich, da bin ich mal noch gespannt, wie ich das wirklich finden werde, weil, klar, die Fehlermeldung wird kürzer und dann steht da hinterher tatsächlich mein Alias drin, den ich irgendwo mal definiert habe. Aber eigentlich wäre ich halt durchaus daran interessiert, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich die Ursache, warum das jetzt nicht geht? Also wo ist da tatsächlich am Ende das Problem? Und wenn es am Ende das Problem ist, dass da in meiner Union irgendwie String und Number drin sind und ich versuche dann, Boolean rein zu assignen, möchte ich das ja schon ganz gerne irgendwie auch so checken können, weil wieso geht das da nicht rein? Spannend wird es bei Sachen, wo sich die originale Union ändert, weil irgendwas rausgefiltert wird. Das gibt es ja auch. Wo du das auf einmal in irgendeiner Union hast, wo einfach gewisse Conditions nicht mehr erfüllt werden können und das wird never und ist deswegen rausgefiltert, dann kriegst du erst recht wieder den Expanded Typen zu Gesicht, musst zu Gesicht bekommen, weil sonst ist ja die Info falsch. Das stimmt. Ja, also wieder ein bisschen was für die Tooling-Perspektive für bessere Fehlermeldung. Gut, dann wollen wir mal in den Bereich Sonstiges gehen mit so Kleinscheiß. Ja. Okay, ich lege mal vor mit dem mit den stricter Checks for the In-Operator, ein uuuh, Breaking Change. Also ich kann jetzt, mit In kann ich ja checken, ob Property linke Seite in Objekt rechte Seite vorkommt und jetzt Möbel TypeScript, wenn rechte Seite kein Objekt ist, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Zahl oder sowas. Das ist gut, dass das ein Breaking Change ist, weil das war sonst ein Breaking in der Runtime-Problem. Ja. Weil das Ding funktioniert ja so eigentlich nicht. Also da schmeißt du ja JavaScript einen feschen Fehler, wenn du jetzt schaust, ob irgendein Primitivwert in einem Primitivwert drinnen ist. Und von dem her ist gut, dass das vorher passiert. Oder dass die Möglichkeit angezeigt wird, dass das passieren könnte, weil es kann sein, dass du eben irgendeinen komischen Union-Type mitschleppst, wo das vorkommt. Dann sollst du auf jeden Fall an der Stelle genau schauen, ob dein Typer immer noch dem entspricht, was du glaubst, dass es ist. Ja. Also ich meine, andererseits, du sagst jetzt, dass das explodiert zur Runtime und das stimmt auch, wenn ich jetzt irgendwie sowas mache wie ToString in 42. Andererseits hat ja 42 als sich als Objekt bei Bedarf tarnendes Primitiv die ToString-Methode. Also ich kann ja 42 ToString machen. Ich muss halt ein bisschen Sonntagshexerei machen, aber irgendwie True ToString ginge ja auch. Also lass mich das jetzt ausprobieren, das stimmt. Natürlich. Also das ist jetzt wahrscheinlich hier übelste Korinthen-Kackerei meinerseits, dass das tatsächlich jetzt, also ja, well actually, ist schon richtig, dass das nicht erlaubt ist, weil wenn man das irgendwie macht, dann macht man was falsch. Man kann ja anders ausfinden, ob es eine Zahl ist. Ja, es schmeißt einen Type-Error, aber ich meine, das an sich ist ja das Verkehrte, weil ich kann auf 42 ToString machen. Schau. Kannst du das? Ja, ja, also du kannst nicht schreiben 42.toString, weil Punkt ist ja Komma. Du kannst aber New Number 42 schreiben und dort Nee, du kannst auch 42 in Klammern setzen und dann ToString machen. Tatsächlich. Ja. Dann frage ich mich jetzt mal, geht ToString in Klammer 42? No, geht nicht. Nee, das ist ja keine globale Funktion. Ja, da ist aber JavaScript gebrochen. Ja, also ich meine, TypeScript modelliert jetzt korrekt das Verhalten von JavaScript und in JavaScript ist das Problem. Ja. Problem, in den größten Anführungszeichen, greatest Anführungszeichen. Ja. Ja, also ist zwar jetzt, ist besser, ist zwar falsch, aber besser. Ja. Würde ich sagen. Ja, ja, sicher. Also es wird wieder, eh wirst du gesagt, dass das Verhalten von JavaScript korrekt modelliert. Genau. Und das macht zwar keinen Sinn, aber das kennen wir ja. Dass das Verhalten von JavaScript keinen Sinn macht dort, ist halt eine andere Sache, aber ist halt so. Okay. Das haben wir mit der Länge. Nächster Punkt. Nächster Punkt, also das wollen wir zu viel abstrakt für, damit ich das richtig verstanden hätte. Also ich möchte kurz, ich möchte kurz noch eben kurz erwähnen. Ich habe ja vorhin vehement Klassen verteidigt. Ja. Ich möchte gerne das etwas präzisieren. Was ich verteidigt habe, waren jetzt primär nicht abstrakte Klassen, weil für abstrakte Klassen und so ähnliche OOP Patterns hast du ja, ich glaube vor einiger Zeit erst, vor kurzem erst, eine Abkürzung geschaffen. Ja. Für die ich dich ja extrem gefeiert habe, auch wenn du davon nichts mitbekommen hast, aber ich habe hier, bin hier buchstäblich rauf und drunter getanzt und habe gedacht, das klaue ich mir. Ich weiß auch, was du ansprichst, ja. Okay, dann erzähl, dann muss ich das nicht sagen. Poop. Patterns of object-oriented programming. Ja. Ich habe ja noch was anderes gehabt. Ah, verdammt. Gut, das fällt mir ein bis zur nächsten Episode, aber ich habe irgendwie auch noch irgendwas mit Inheritance gehabt. Ja, also ich meine, es ist so Sachen wie abstrakte Klassen und äh. System Hierarchies with Inherited Topologies. Shit. Ah. Ja, das war das Zweite. Das heißt, wenn du mit dem Ding arbeitest, hast du mit viel Poop und Shit zum Arbeiten. Hm. Ja, also jedenfalls, damit hast du, glaube ich, nur deine generelle Empfehlung garniert. Man möge doch bitteschön in TypeScript möglichst JavaScript mit Typen schreiben und nicht so zu versuchen, seinen inneren objektorientierten Enterprise Programmierer freim Lauf zu lassen. Ganz genau. Also das war im Grund, also im Grund die Message, die ich die ganze Zeit in meinem Buch schon habe. Und in jedem Artikel, den ich schreibe und in allem, was ich dort mache, nochmal zusammengefasst in dieser TidyTypeScript-Serie. Da gibt es einige Artikel. Das eine war das mit Namespace, Selbsttreklesses und so weiter. Das andere war die Inams. Was habe ich dann noch gehabt? Dass man saubere Generic-Namen verwenden soll, weil es anders ist als wie bei Generics in Java oder C, wo du halt wirklich nur diesen einen Typ reingibst, sondern du hast dort Variablen. Ich habe genannt mein Wunsch, dass man eher Type-Layers als über Start-Interfaces verwendet, wo bei, das sind alles nur, also ich bin da nicht religiös bei den Dingen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das sind halt nur ein paar Prinzipien, an die Emi halt, wenn es andere cool finden. Ja, wobei tatsächlich, ich sagen muss, das flog, glaube ich, gestern auch über Twitter, dass irgendwer prominent ist, der sagte, auf keinen Fall darf dein Typ Parameter T heißen. Der begehe ich halt nicht so ganz mit, weil wenn es irgendwie so eine ultra-hyper-mega-generische Operation ist, wo du halt irgendwie sagen kannst, ja, das ist halt irgendwas, so gleichsamen Parameter namens X in einer Funktion, nenne ich das halt T, weil was denn sonst? Ja, das mache ich auch so. Also ich verwende oft T, vor allem wenn es nur ein Parameter ist, ist relativ klar, dass das T ist. So wie ich aber einen zweiten drinnen habe und die in irgendeinem Zusammenhang sind, da muss ich einen gezielter benennen. Das ist halt meine Idee. Das schreibe ich übrigens auch in diesem Name-Jer-Generics genauso. Wo ich sage, okay, also wenn ich einen Single Letter Type-Parameter nehme, dann muss ich schon ganz genau wissen, was das Ding so wird. Und zum Beispiel, ich kann R nehmen, wenn ich im Pass-Route-Parameter Generic bin, kann ich R nehmen für die Route. Da ist klar, dass ich das meine damit. Und ansonsten mache ich halt diese komischen Kürzel, wo ich alle Vokale rauslasse. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht religiös, weil so ist es ja nur bewusst sein, dass das ein Problem werden könnte. Und ja. Ja, nee, dass du damit vernünftig umgehst, ist schon klar. Aber irgendwer da draußen meinte da hier, auf keinen Fall darf man das jemals. Aber man ist sicher nicht auf Twitter, wenn man das verstand ist. Ja, genau, genau. Da muss man halt eben als Pro-User vom Internet muss man halt eben wissen, ja, red du mal und sich nicht dann irgendwie in die Druckhus begeben, um sich da zu erniedrigen. Sondern da macht man sich halt hinterher im Podcast über die besagten Personen lustig. Keine Ahnung, wer das war. Okay, aber Sanne war wahrscheinlich was er jetzt zählt hat von meinem Blog oder so. Nee, 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 du hast damit nichts zu tun. Das war halt irgendein Otto, irgendein prominenter Otto. Keine Ahnung. Okay. Okay, komm hier. Vorletztes Feature. Ein neuer Parameter. Wie war das noch? Es gibt zwei schwierige Aufgaben in der Computerei. Cache Invalidation und wie man Dinge benennt. Ja. Ein Parameter für die CLA. No Property Access from Index Signature. Ja, das kann ich glaube ich sogar erklären, weil das habe ich dich vorher gefragt, ob das tatsächlich das ist, was ich darunter verstanden habe. Du hast die Möglichkeit, dass du in JavaScript Properties zugreifst, entweder über Punkt, was auch immer. Also zum Beispiel in dem Beispiel verwenden sie exclude als optionales Argument. Das heißt, du kannst auf die Options .exclude auf dieses Property zugreifen. Du hast aber auch die Möglichkeit, dass du über Index Signature darauf zugreifst. Das heißt, eckige Klammern und das String davon. Und das hat bei gewissen Szenarien zu Problemen geführt. Nämlich, angenommen, du hast in diesen Options diesen Exclude, dieses Exclude Property, du hast aber deinen Typ so gestaltet, dass der auch noch dieses Wildcard-Objekt erlaubt. Also wo du halt sagen kannst, jeder mögliche String ist erlaubt und gibt mir any zurück, weil das kann passieren. Ich muss halt darauf reagieren. Dann hast du das Problem gehabt, dass du zwischen einem Punkt exclude und einem Punkt excludes, also mit einem S hintendran, du im Editor und im Typ- Checking einfach nicht die gleiche Entwicklererfahrung gehabt hast. Das heißt, du hast, du warst wieder der Gefahr ausgesetzt, dass du ungewollt Tippfehler machst, Typos hast, obwohl du ein gewisses Subset dieser Properties ganz, ganz klar definiert hast. Nur weil die anderen Properties auch erlaubt sind, hättest du vielleicht gerne ein anderes Feedback dazu. Und dieser No Property Access from Index Signature Compiler Flag macht jetzt genau das, dass du ihm sagst, so wie es irgendein Property ist, das du nicht explizit definierst, musst du über diese eckigen Klammern darauf zugreifen und kannst nicht über normale Punkt Syntax darauf zugreifen. Beim letzten Satz weiß ich nicht, ob er ganz korrekt ist. Doch, doch. Passt, gut. Dann löst eben genau diese Art von Problemen. Das heißt, du hast dieses definierte Subset an Namen und alle anderen Sachen musst du halt nur mal gezielt schauen, ob das überhaupt vorhanden ist, beziehungsweise gezielt mit String Index Access darauf zugreifen. Und das Coole ist jetzt das, dass du halt solche Fehler wieder findest, dass du besseres Tooling kriegst, besseres Autocompletion kriegst. Es ist aber ein Breaking Change, soweit ich das weiß, weil das ist ja ein Rollback auf was, was sie mal eingeführt haben. Ganz, ganz früher war das mal so. Ja. Ja, beziehungsweise, also wie ich das formulieren würde, wäre, dass man sozusagen durch diesen Parameter sich dazu zwingt, für das eine die eine und das andere die andere Syntax zu wählen, sodass Typescript durch die gewählte Syntax erkennen kann, was man eigentlich will und einem dann sagen kann, ob das geht oder nicht. Genau. So ein bisschen. Tatsächlich nicht ein Problem, das ich jemals hatte, weswegen ich jetzt nicht weiß, ob ich dieses Flag aktivieren möchte. Ich habe das leider auch noch nie gehabt. Mir fällt kein Szenario ein, wo ich das konkret gehabt habe, weil ich meistens diesen Wildcard Operator nicht, oder diese Wildcard Index Signature, wenn ich die verwende, dann sind alle so und nicht ein Subset davon nicht. Ja, also was man ja machen würde, wäre ja, es gibt entweder Datenobjekte und das sind dann irgendwelche Records, Record Type, oder du hast irgendwelche Objekte, Objekte im Sinne objektorientierter Programmierung, ob jetzt per Klasse oder sonst wie gebaut ist, egal, aber da sind halt ja die Keys alle bekannt. Und wenn man irgendwelche Mixturen hat, dann hat man, naja, vor allen Dingen erhöhten Rechtfertigungsdruck, aber normal sollte das, glaube ich, nicht sein. Ja. Und selbst wenn du irgendwie heterogene Objekt-Collections hast, dann machst du irgendwie eine Union, ob jetzt dann getaggt oder nicht, sei dahingestellt, aber man baut sich halt eben dann eine Union aus allen möglichen Varianten und hantiert dann damit. Deswegen könnte mir vorstellen, dass es Codebases gibt, wo man mit diesem Problem zu kämpfen hat und wo irgendwie massives Refactoring nicht möglich ist. Und da könnte man sich dann sozusagen damit eine Fußangel vom Leib schaffen. Aber ob jetzt die Welt da draußen das alles braucht, keine Ahnung. Wenn, dann gehöre ich nicht zu dieser Welt. Ja. Ja, also wir einen schon aus dem Grund eingeführt haben, das sind halt die Sachen bei TypeScript, wo du über User-Feedback meistens Features steuerst. Und das sind die zwei Inputs, das kriegen. Das eine sind User-Feedback, das andere ist Popularität im JavaScript-Ökosystem. Ja. Ja. Aber hey, wer mag, kann es ja aktivieren. Und das letzte ist auch ein CLI-Flag, das wiederum ich nicht verstanden habe. Aber zum Glück kannst du mir das ja erklären. Okay. Wann ich es richtig verstanden habe? Es heißt Explain Files und ich finde den Namen für Explain Files einfach total cool, weil ich bin oft vor so einer Datei und denke mir, erklär mir das. Macht aber nicht das, sondern es erklärt, warum gewisse Dateien mit in das Kompilat aufgenommen werden, beziehungsweise durchgelaufen werden. Das heißt, das ist so ein bisschen ein verboser Debug-Output vom Compiler, wo du jetzt sagst, ja, das eine requiert das, das andere requiert das und deswegen hast du so viel Typ-Informationen und deswegen sind die ganzen Sachen wohl dabei. Weil auch natürlich, wenn du draufkommst, das war bei uns einmal der Fall, dass wir, egal wo wir die Datei hinpackt haben, unser Compiler hat es einfach nicht erkannt, weil wir dort ziemlich verschachteltes, katastrophales TS-Config-Konstrukt gehabt haben. Da sehe ich halt ganz klar, welche Punkte meine Einsprungspunkte sind, wie mein Dependency-Baum ausschaut und warum diese Datei nicht mit reinkommt und worden sind. Und ja, das ist alles, was es tut. Wie gesagt, Explain Files finde ich einfach einen sehr geilen Namen. Der lässt halt sehr offen, was da noch alles reinkommt, weil, hey, erklären mir das? Ist halt einfach wirklich cool. Ja gut, aber ich meine, es spricht auch einiges für No-Property-Access-From-Index-Signature, ne? Ja. Also, weil, es ist länger und mehr ist ja mehr, wie wir wissen. Ja, irgendwann gehen dann halt die Compiler-Fleck-Namen auch aus, ne? Ja, es sei denn, man findet auch irgendwelche lustigen Akronyme wieder, ne? Also, vielleicht solltest du hier als Berater von Microsoft tätig werden, wie wär's? Ja, cool, das ist TypeScript 4.2. Ich finde das steil. Es ist vergleichsmäßig mit den anderen Releases, wo wir immer gesagt haben, hey, wow, 4.0, Variate-Touple-Types, 4.1, String-Template-Literal-Types. Das ist halt, das sind halt Kracher, ne? Also, da denkst du dir, wow, was haben sie mit dem Typ-System jetzt schon wieder aufgehört? Das sind halt jetzt konsequente Weiterentwicklungen von dem, was wir schon gehabt haben. Und finde die, aber ehrlich gesagt, auch sehr willkommen und sehr angenehm, dass wir nicht schon wieder die nächste Bombe kriegen, sondern eher Verbesserung von dem, was wir jetzt als neue Standard-Features mit reinbekommen haben. Genau. Gut, dann hätten wir, glaube ich, damit so die relevanten Release-Notes verlesen, oder? Das ist TypeScript 4.2. Nicht viel Neues drin, aber viel von dem, was letztens dazu kam, schön abgerundet. Genau. Tja. Irgendwelche Wünsche, also haben sich so in deiner Zeit der Nutzerschaft von TS 4.1 irgendwelche Dinge ergeben, wo du so sagst, das könnten sie jetzt so langsam mal einbauen? Nein, also tatsächlich bin ich noch zu sehr am Herumspielen mit diesen Template-Literal-Types und Variated-Touple-Types, dass mir jetzt konkrete Wünsche einfallen würden. Da bin ich eher drauf, dass ich das Verhalten dahinter genau verstehe. Also ich versuche jetzt zum Beispiel, ich habe so TypeScript-Guides bei mir im Blog und ich versuche jetzt gerade so ein Functional Programming in TypeScript-Guide zu machen, weil da gibt es Bücher draußen, die ich alle nicht gut finde, weil es alle krampfhaft versuchen, Haskell in TypeScript umzusetzen oder zu sehr mit Basics herumspielen, die dann wieder langweilig sind. Deswegen möchte ich die gerne so einen Guide machen, der sagt, hey, so würdest du in JavaScript-Funktional programmieren und jetzt typen wir das, dass du beste Editor-Experience kriegst. Also diesen Approach, den ich überall verfolge. Und da bin ich gerade so am Anfang und ein bisschen am Content und Outline machen und da geben sie dann ein paar schöne Themen, also da kristallisieren sie ein paar schöne Themen heraus. Aber da bin ich ehrlich gesagt noch zu sehr am Anfang. Ja, ich kämpfe manchmal so ein bisschen mit so Objekte in so Map-Types generieren, wenn meine Keys nicht jetzt hier String-Number-Symbols sind, nee, Quatsch, nicht Strings sind, weil es gibt ja diese komische Beschränkung, wenn du jetzt so ein Record-Type-artiges Ding hast, x-doppelpunkt-String, dann muss das halt ein String sein, kann jetzt da nicht irgendwas sein. Und das ist ja schon länger eine länger bestehende Beschränkung, an der sie ja auch basteln. Das könnte man so langsam mal einbauen für halt Advanced-Hexerei, aber ich glaube wirklich für den Alltag schon ganz nett, was wir da alles so drinnen haben. Ja, also was wir, was mir sehr stark bewusst geworden ist mit dem letzten Release oder mit den letzten Releases, Strings sind in JavaScript halt einfach irrsinnig wichtig. Das ist eins der Hauptkonstrukte, die es mir immer gehabt haben in JavaScript und immer verwendet haben für alles. Und dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese Strings zu zerstückeln und zu ändern, und neu zu arrangieren im Typ-System, glaube ich, decken wir wirklich sehr, sehr viele Use-Cases ab, die in JavaScript passieren können. Also das war uns, glaube ich, vielleicht gar nicht so bewusst, wie wichtig Strings sind. Hm. Ja, das ist schon wahr. Und da wird bestimmt an der Front auch noch einiges kommen. Also ich habe tatsächlich auch diese Template-Dirtual-Types nicht kommen sehen. Ja. Plötzlich kommt er damit um die Ecke und so, guck mal, was jetzt geht. Und ich so, okay, krass. Das macht mich sowieso immer noch fertig, dass das einfach Release X auf Y und so einmal passiert. Ja, und vor allen Dingen, dass ich das so halt auch noch nirgendwo gesehen habe, das finde ich ja ein bisschen irritierend. Ja. Also weil eine ganze Menge anderes Zeug, was da in TypeScript drin ist, habe ich schon gesehen, kennst du schon, okay, hat hier Sprache bla 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 1970 schon erfunden, alles klar, okay, ist ja auch in Ordnung. Aber das ist ein bisschen krass. Und das ist, glaube ich, auch was, wenn jetzt da eine neue Programmiersprache um die Ecke kommt, die jetzt einigermaßen High-Level ist und so End-User-ergonomisch sein möchte, dann über das Stöckchen musst du erst mal drüber hüpfen. Ja. Ja. Das wirst du auch in die neuen System-None-Programmiersprachen nicht sehen, weil halt Strings immer sehr speziell sind in System-None-Programmiersprachen. Ja, wenn ich eine System-None-Programmiersprache bauen würde, würde ich Strings einfach nicht einbauen, weil Strings eine Lüge sind. Ja, du hast sehr recht. Und, ja, aber jetzt hier so meine Business-Programmiersprache, mein Java-Ersatz, der muss Strings natürlich haben, aber nicht mein C-Ersatz. Ja, ja, das stimmt. Nein, und ich denke mir halt, was die, ähm, ja, also meinst du dann, also, das wird mir erst bewusst, seit ich mich so stark mit Go und Raus beschäftige, weil ich das gerade muss, wo es auf einmal wieder auf so Themen zurück ist, wie, hey, was liegt am Stack und was liegt am Heap? Die Sachen, die haben halt Signifikanz, wenn du damit arbeitest. In JavaScript hat das einfach kein, da taucht das nicht auf. Da musst du dich du nicht drum kümmern. Jeder fragt sich, warum der Chrome immer so viel Rampf ist. Naja, wenn der für jede Datenstruktur dir das geben kann, dynamisch Speicher allokieren und befreien muss, für dich und noch immer performant laufen soll, dann darfst du ihm bitte auch die, die vier Gigabyte RAM zustehen lassen, die er braucht, um das zu bewerkstelligen. Also es ist ja nicht so, dass der mit diesem Riesenrahmen, den er sich dort reserviert, nichts anfängt. Ganz im Gegenteil, der macht irrsinnig schwere und irrsinnig komplizierte Operationen damit. Und von dem her finde ich das beeindruckend. Und jede andere Programmiersprache, die auf so einem Level arbeitet, die sagt, hey, ich gebe dir einfach die Freiheit, dass du dort Objekte und die Fly generieren kannst, mit egal was, du kannst eine Nummer reinhauen, dann wird das halt ein Array-Art und dann kannst du drüber iterieren oder du hast einen String rein, dann hast du einen Key, den du nachher zugreifen kannst und da kannst du beliebig Objekte nesten oder auf ein anderes Objekt zeigen lassen und alles ist irgendwie ein Kuddelmuddel und alles ist irgendwie total ein wunderschöner Sauhaufen, aber es funktioniert und es ist dynamisch und es ist ergonomisch und du hast ja eine irrsinnige Ausdrucksweise damit, dass du in keiner anderen Programmiersprache so hast. Und das kannst du jetzt auch noch typisieren. Also das ist wirklich schon Peak Dynamic eigentlich. Also ich glaube nicht, dass man da mit irgendeiner anderen Programmiersprache in die Richtung geht. Also Ruby ist ja genauso dynamisch eigentlich. Kommt nie dahin. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die haben jetzt tatsächlich vor kurzem ein Typsystem bei sich eingeführt. Aber ich glaube, dass unter anderem aus Syntaxgründen ist das halt etwas Angeflanschtes, wo du halt so ein extra Definitionspfeil hinterlegst. Das wohnt jetzt nicht in den Dateien selber drin. Wenn ich das verfolgt habe, Ruby ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Das ist im PHP glaube ich ähnlich. Im PHP haben sie jetzt auch so Typen dazu gepflanscht. Ja, das ist aber auch, also sagen wir mal so, die bauen das in ihre Sprache rein, die haben ein inhärent dickeres Brett zu bohren als TypeScript, würde ich jetzt mal behaupten, was sich da einfach so drüber stülpt. Und zum anderen, glaube ich auch nicht, dass das zwingend nötig ist, so ein Typsystem zu haben. Und dass das jetzt unbedingt dann das Kaliber von TypeScript haben muss. Das ist halt jetzt für uns zwei nett, dass wir jetzt hier so an diesem Spielzeug rumdrehen können. Aber wenn du jetzt gerade so schon so sagtest, hier ist JavaScript überhaupt eine gute Programmiersprache. Was ist eine gute Programmiersprache? Da ist ja gänzlich unklar, was da überhaupt so ein Kriterium ist. Ausdrucksstärke mag da sicherlich eins sein. Aber wenn du jetzt so mehr so in den systemnahen Bereich schwenkst, ist ja irgendwie zu krasse Ausdrucksstärke möglicherweise auch ein Angriffsvektor oder etwas, wo du was übersehen könntest, was du da nicht haben willst. Also das muss man da, glaube ich, immer sehr differenziert betrachten. Und da meine ich auch nicht, dass es notwendigerweise irgendwie eine Lösung zur Glückseligkeit gibt. Ja, ganz klar. Nur es ist natürlich so, wenn du einen gewissen Massenappeal haben willst, wie ein TypeScript, das unterstelle ich denen jetzt mal, ja durchaus haben will. Irgendwie so das Ding, das jetzt jeder benutzt, weil jeder benutzt JavaScript. Und wenn ich jetzt hier ein JavaScript-Ad-on bin, will ich auch, dass das jeder benutzt. Dann musst du natürlich so wirklich die Quadratur des Kreises vollziehen und dafür alle irgendwie was anbieten. Und dann ist schon, das ist halt schon schwierig, da über das drüber zu hüpfen, um da was wirklich zu bauen, was irgendwie ergonomisch ist und das Tooling mit sich bringt, blablabla. Ich habe letztens wieder, ich habe letztens viel in der Vergangenheit gekramt. Ich habe mir so gedacht, ach ja, CoffeeScript gab es ja damals auch. Ja. Aber ich meine, vergleich das mal. Ja. Weil CoffeeScript hat sich halt so ein Typ hingesetzt und hat so gedacht, hm, was wäre, wenn JavaScript-Ruby wäre? Und hat das halt gebaut und dann war es fertig und es hat tatsächlich ja auch Nutzer gefunden. Ja. Wie sich da auch letztlich die Ansprüche verändert haben, die man jetzt heutzutage an etwas derartiges stellen würde? Ja, viel. Mit so IDE-Integration und Tooling und blablabla. Also, Was ich, ja, was ich mich da oft frage, TypeScript versucht ja, alle möglichen JavaScript-Use-Cases abzudecken. Das ist ja das erklärte Ziel. Wann aber jetzt Leute anfangen, dass sie mehr und mehr TypeScript verwenden, gerade Leute, die Bibliotheken schreiben, gerade Leute, die Programmierstile einführen, die Methodologien, Paradigmen, nennst du, wie du es das willst, kreieren, um die Bibliothek möglichst ergonomisch zu halten oder möglichst interessant zu halten. Also, Reactive war ja der Vorreiter. Oder, was heißt Vorreiter? Signifikant in der letzten Zeit mit JSX und dieser Composibility und etc. Wenn die jetzt alle auf TypeScript hüpfen, werden sie vermutlich so arbeiten, dass sie gut mit TypeScript zum Resultat kommen. Und da frage ich mich, ob das vielleicht irgendwelche neuen Paradigmen einschränkt, dass TypeScript einmal den Punkt erreicht, wo du sagst, wir müssen jetzt nichts mehr abdecken, was so gang und gäbe Programmierstil ist, sondern wir haben jetzt schon alles und neue kommen, nicht weil alle TypeScript nehmen und deswegen sowieso mit dem Arbeiten das schon vorhanden ist. Genau, das wäre jetzt sozusagen die freundliche Variante. Die böse Variante wäre ja auch zu sagen, so, wir hören jetzt auf, irgendwie Neuerungen mit zu covern, weil wir sind der neue Standard und der Rest kann uns mal gerne haben. Das wäre jetzt sozusagen, wenn man da jetzt Microsoft oder TypeScript im Typescript-Team da unterstellen wollen würde, irgendwo da Marktmacht Das kann natürlich indirekt passieren, weil ja das TypeScript-Team sehr aktiv und laut im TC39 ist. Also es wird ja, jeder Standard, der entwickelt wird, wird validiert, ob man den in TypeScript schon mal umsetzen kann. Das ist ja, also TypeScript ist ja da Punkt in der Entwicklung. Ja, nee, auch der Diskurs, also du hast jetzt einen TC39, interessiert keinen. Guck auf Twitter. Ja. So, wie richtige Entwickler, also allein das, dieses lächerliche, regelmäßig hochpoppende, richtige Entwickler und ist CSS überhaupt ernst zu nehmen, bla, bla, bla. Also das, was da ja gerne auch so unter diesem Gatekeeper-Vorwurf läuft, den ich jetzt niemandem persönlich machen würde, aber sozusagen, wenn man das mal generalisiert, ist es halt nun mal so, das ist halt ein schwierig zu bedienendes Tool, dieses TypeScript. Das ist was, das musst du erst mal draufhaben, das ist was anderes, als wenn du irgendwie mit JavaScript hingehst und dir da einfach so deinen Krempel zusammenhackst, React gleichermaßen. Und speziell bei React ist es ja so, dass das ja teilweise absurde Folgen hat, was da alles so in Komponenten gegossen wird, wo man auch einfach sagen würde, ja, hier hast du auch DOM-API. Ja, nee, geht aber nicht. Muss alles hier dem Paradigma unterworfen werden. Ja, das stimmt. Und dadurch verengt sich notwendigerweise dein Weltbild und auch dein Denken. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob wir das schon hier auf der Tonspur hatten, hab bei mir letztens wirklich eine React-Vergiftung diagnostiziert, einfach nur, weil dieses deklarative Programmieren einfach so sich in meinem Gehirn festgesetzt hat, wo ich doch gar kein richtiger Programmierer bin. Aber trotzdem, wenn ich irgendwie mal ein UI gebaut hab, war das was mit React- oder React-artigen Paradigmen. Und dass ich jetzt einfach so, wie es ja früher auch ging, einfach so hier eine HTML-Seite hab und ich garniere die mit ein bisschen jQuery und mach hier ein Event dran, da Event-Delegation, da, 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 da. Das, da musste ich halt wirklich wirklich mich aktiv, muss ich aktiv drauf hindenken, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt anderes Paradigma. Ja, voll. Und das ist, also das verengt halt notwendigerweise die Perspektive ganz klar. Absolut. Das ist, ich merke das gerade in anderen Programmiersprachen sehr, sehr stark, wo ich halt, ja, ja, nein, Code zum Beispiel erlaubt ja fast keine Deklarativität. Das geht halt dort voll, voll schwer. Das ist halt wirklich so, schon wieder sehr nah am Assembly-Code, wo du halt wirklich Instruktion um Instruktion um Instruktion schreibst. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hast du eben Rust, die da beides anbieten, wo ich mich jetzt, also jedes Mal, wenn ich meinen eigenen Rust-Code lese, frage ich mich, ist das jetzt okay so, was ich da gemacht habe? Weil da bin ich wieder in so funktionalen Chains drinnen und das wird ja auch unterstützt und ist ja ein Programmierparadigma, das sehr gern promotet wird. Das Spannende ist noch mal, ich versuche das Ganze in einem imperativen Code umzuwandeln und der schaut fast gleich noch aus. Das ist halt das Interessante noch. Also der Assembly-Output ist hinterher der gleiche? Ja, nicht nur der Assembly-Output, sondern die Sprache schafft es, dass du mit Ausnahmen von so Closures und Dingen, dass du halt gewisse Sachen relativ einfach vor einem Iterator in einen Vorloop bringen kannst und du dann mit den Werten direkt imperativ weiter arbeitest, anstatt das in so Function-Chains zu machen. Also das kannst du wirklich sehr frei hin und her bewegen und das habe ich sehr interessant gefunden. Also ich muss mir vielleicht mal ein Beispiel bauen oder so. Das ist natürlich auch ein sehr guter Beispiel, Rust, für so dieses JavaScript-Universum interne Schisma, das ich jetzt mal so ein bisschen skizzieren wollte von wegen hier TypeScript und React und alles andere, sondern so, also ich habe ja tatsächlich ausschließlich Script-Sprachen geschrieben, bis ich vor irgendwie vielen, vielen Monaten mal gesagt habe, lass mal auf diesem Rust hier so rumstochern. Und bis ich erst mal darauf klargekommen bin, dass es da so ein, dass ich da so was haben kann, wie einen String, der mutable ist. Das alleine. Ja. Weil das kenne ich halt aus meinen PHP-Sprachen und JavaScript-Sprachen so nicht. Ja, ja. Über den Huggeln musst du erst mal rübergehen. Okay, das ist jetzt nicht so schwer, wenn du erst mal verstanden hast, dass das überhaupt etwas ist, was in der Welt da draußen existiert. Nur du hast halt dann solche Konstrukte, wo du halt eben sagen musst, ich muss erst mal verstehen, dass sowas überhaupt existiert, aber du hast es halt eben innerhalb des gesamten Bereichs von, sagen wir mal, Frontend-Entwicklung, wo du erst mal checken musst, dass zum Beispiel, wenn du jetzt in React unterwegs bist und du machst irgendwie dieses Fancy Pants Suspend Resume oder so, irgendwie so, wie funktioniert denn das? Machst du auf, stellst du fest, aha, die haben halt irgendwie, indem sie Promises als Exceptions durch die Gegend schmeißen, Generator Functions re-implementiert als React-Komponente, wo es wahrscheinlich was wert wäre, wenn du irgendwie sozusagen das zugrunde liegende Prinzip halt eben checkst, aber wenn du halt eben in deinem Alltag bis hier mit der Deadline bist und du musst deine Komponenten kloppen und die Seite muss fertig werden, bla bla bla, kommst du da nicht zu und dann guckst du diese Generator Functions an und sagst so, hey, das ist ja komisch, das braucht doch kein Mensch, ich schreib mal Suspend Resume. Ja. Und das ist halt irgendwie so, und diese Tools mit dieser extremen Wirkmacht, wie halt eben diese Reacts und diese Type-Scripts, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Formen mit die, ja, den Standardisierungsprozess, wie du das sagtest, einerseits, aber andererseits halt eben auch die gelebte Praxis und die Diskussion auf Twitter und der Orangenen-Höllenseite und sonst wo. Die Orangenen-Höllenseite, ja. Das hört sich auf, es klingt auf Englisch irgendwie besser, die Orange-Hell-Site. Ah, cool, ja. Nein, absolut. Es ist ja sehr spannend. Also ich finde es vor allem spannend, weil ich da doch ständig reflektiere, was das mit mir macht. Weil jetzt, ich schreibe jetzt im Moment, wie es da sehr viel JavaScript gibt, tatsächlich, und maintain types on the site. Das ist gerade so, gerade wenn ich Node mache, ist das halt recht angenehm, weil du hast halt einfach so den Definition-File, da kann ich einfach einmal herumwerken, nicht? Ich brauche nicht kompilieren, Editor-Tooling kriege ich trotzdem. Und da merke ich dann doch, so die eine oder andere Stelle, gerade wenn ich so Objekte herum ändere und verändere, das würde ich wahrscheinlich in einer React-Applikation nicht so machen. Und ich merke das, dass ich das in einer React-Applikation nicht so machen würde, weil ich wieder vom TypeScript ein paar nette Fehler kriege, was nicht möglich ist. Und ich ganz viele TSI-Knores drüber schmeiße, weil ich quasi weiß, okay, an der Stelle ist das möglich. Und ja, also da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was da richtig oder was da gescheit ist. Aber ja. Aber ich glaube, solange man da seinen gesunden Selbstzweifel da weiterhin am Start hat und sich halt eben ständig hinterfragt, was tue ich da eigentlich und was machen die anderen und da jetzt nicht irgendwie dann seine Identität an TypeScript kettet oder an React oder an sonst irgendetwas Schrott, ist das, glaube ich, ganz okay. Jo. So, das heißt also, egal, ob ihr das jetzt hier zugehört habt oder ob ihr nach der Ankündigung geskippt habt, alles richtig gemacht. Okay, Stefan, dann würde ich sagen, machen wir doch mal den Deckel drauf, oder? Ja, machen wir den Deckel drauf. Wunderbar. Wir danken wie immer fürs Zuhören, erinnern wie immer daran, dass wir auf Social Media zu finden sind, dass ihr uns gerne auf Patreon unterstützen könnt. Wir danken nochmal dem Marvin für seine Unterstützung in dieser Woche ganz speziell. Und ansonsten verweisen wir euch dann auf die nächste Woche, wo es dann um Tailwind geht. Das ist ja auch so ein Hype-Thema. Absolut. Und das ist ja ein scharf diskutiertes Thema gerade im Moment. Da hat es ja wieder ein Twitter-Fallout gegeben. Hat es? Ja, erst gestern. Ja, vielleicht habe ich Zeit zu diesem Tailwind-Podcast, weil du hast den Artikel gestern stark gegeben in der Bubble. Why Tailwind isn't for me? Und das ist natürlich hart diskutiert worden. Aha. Ja. Tailwind ist so ein bisschen wie TikTok, wo ich echt glaube, hm, so langsam wirst du echt alt und du checkst gar nicht mehr, was das alles soll. Okay. Wir haben uns, glaube ich, genug zum Obst gemacht. Wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal zu Tailwind oder was auch immer. Dankeschön. Bis dann. Tschüssi. 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 Vielen Dank.